Musik Fraber hab ich aber schon auf 4 Ok dann musst du wahrscheinlich im Hight Ordner was bauen Dann liefert der dir binnen 12 Stunden was Ach wir sind hier Bei dem Visier kann ich zwischen 3 Strichen und 3 Strichen Achso ok Man sieht einfach so viel viel mehr Mit dieser Einstellung Ja das ist echt krass Ich seh ja alles Das ist zwar ein bisschen lila Ja bei mir auch Aber ich seh alles Hm das ist doch scheiße Das ist kein richtiges schwarz sondern das ist so Komisch Ah hier ist ne Kiste Doch hier ist ne Kiste Wie wo? Auf dem Bagger Auf der Kette liegt ne Kiste Achso Kann ich noch gar nicht Und wenn wir hier den Killer sehen Den müssten wir umlaufen Ups Arschloch Arschloch Ich hab den bestimmt gestern 4 mal auf Screen probiert Offline Seid ihr? Wir sind schon fast beim ITER Auf dem grünen Streifen in der Mitte Gehen wir rein? Ja Niveau Achso Na ja komm Na ja wenn wir schon mal hier sind Kommt man hier eigentlich so rein oder muss man hier schießen? Ne hier kommt man Ne hier kannst du so rein Schießen würde ich sowieso nicht Naja da gibt es nämlich einen Eingang da kommt man nur mit schießen rein Du kannst auch mit der Axt oder mit deinem Messer oder so das kaputt machen Ich hab sowas nie mit Ich hab sowas nie mit Was? Du hast kein Du hast nichts Keine Axt Ne Achtung lassen Hä? Lass die Grafikkarte liegen alter das ist Lass die Grafikkarte liegen alter das ist Lass die Grafikkarte liegen Axt Was? Ich brauche einen Wire wenn ihr einen Wire findet Ja Check mal hier draußen die Lage Guck mal der Leere Wie geht denn die scheiß Tür jetzt nicht drüben? Das Brett zu alter hab ich gesagt Lass das auf Musst doch da raus Musst doch hier meine Grafikkarte finden Röttelstiefelst du draußen rum? Ja ja Ich hab doch gesagt Check hier draußen die Lage Ja nicht das klang so langsam laufend wie ein Scaffre Ist deswegen wurscht Dass euch keiner überrascht Keine Grafikkarte gefunden Das denn? Hm Hier sind Wires Hier hinten in dem PC Lass ihn mal drinnen Auf dem ersten Tisch liegt immer gutes Zeug Also da lag ja letztens eine Grafikkarte Und jetzt lag da ein Magnet Wer rennt? Ihr sprentet ihr? Ich Ich Komm rein Jungs Ach bist du hier drin Banshee? Achso Ich hab die Computer nicht gelootet Ich dachte das war der Beutel Wie das draußen? Ich hab doch gesagt ich pass auf euch auf während ihr lootet Achso Ich dachte der Ich dachte du rennst neben mir rum und machst die Türen zu Na komm rein Jungs Wires Komm rein Nein zu In dem hier Hier hinten an dem Hier Hier Recht herzlichen Dank Bitte 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 So Da hat's geklingert Äh Gepimmelt Der Scaf hatte der so ne Maske auf zufällig Benji Hast du da geguckt? Ne sorry da bin ich nicht geblut Wo warten der nochmal? Ich geh nochmal gucken Jungs Nach direkt am Eingang Hinterm Also ja genau so bisschen leicht Dings Hinterm Ey Pssst Wo bist du Matze? Da drinnen immer noch Oh Ich bin draußen Der kommt rum Da kommt rum Da kommt rum Hatten 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 Einen hab ich Noch einen Ich hab auch den anderen Ich hab den anderen Benji braucht doch die Fils Ey oder waren das zwei Der da vorne liegt Oder waren das Ist mein Mein Pulsfleck da Warte ruhig bleiben Ey ich hab zwei niedergemacht alter Waren die jetzt zu viert oder was? Na zu dritt wahrscheinlich Ich hab einen Benji hat einen du hast zwei Den hab ich ja Oder? Achso Guck mal aufm Aufm Doctag Ja Warte das ist meiner Na dann ist es doch deiner Das ist auch meiner Alle zwei mit einer Granate weggemacht Geil Ach du hattest die Granate geschmissen Mhm Ah Ich hab dem viel auf Das sind ja meine Einschusslöcher Und danach ist er umgefallen Weißt du deswegen dachte ich Aha Uh Was hat denn der gute Mann Pfoten weg Ne den hab ich erschossen Haha Achso Hinter mir kaucht einer rum Also ich krieche grad nicht Der wird zwanzig Achso Ähm Ich Wer den seine Bodyarmor Warte mal Brauch ich den seine Weste Da sortier ich um Ich mach dein Leichen fetterei Brauchst du noch Granaten kills Matze? Ja Ah dann war das ja super für dich Mhm Geiler Helm alter Siehst du da überhaupt was? Haha Ich hab ich Ich bin noch im Rucksack tätig Der hat ne Kamera dabei gehabt Da wollte ich eine Quest machen Achso Also ich bin dann voll Jungs Triffst du Beute? Ja Den einen kannst du schon flattern Benji Oh jetzt hab ich irgendwas aufgewogen Was ist das? Ui Das baue ich mal ab Boah ich hab mal einen gekillt Und das auch noch auf coole Art und Weise Ich werd bekloppt Boah ich hab mal einen gekillt So Benji Ich nehm mal den Matze Ich nehm mal den Bei dem anderen kannst du die Knarre nehmen Der hat ne MPX Ui was hat der für nen Schlüssel? Den kenn ich noch gar nicht Den kenn ich noch gar nicht Ah Reservschlüsse Ah Reservschlüsse Ok kannst kannst flattern wie dir der Sinn steht Ah Rechts ist der Tanker Näher vorne ist der Tanker Ist das ja Ich hatte gerade Ich dachte wir kommen von genau der anderen Seite Ah Mist ich hab Nur noch drei Vaseline mit Ziert Alles Ziert 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 Wann schießt der? Wiss ich nicht Das steht genau im Fenster In welchem? Links neben dem Eingang Kommt er raus? Ist doch tot Da ist noch einer links Passt nicht Aber es hat doch ein Spieler da drin geschossen oder? Der hat in die Richtung dahinter geschossen Vielleicht war jemand oben auf der Brücke Ich hätte gedacht da ist ein Spieler drin Achso Der Typ der hier dritte war hat in die Richtung dahinter geschossen Ah ok Jawohl Da liegt ein Motor Mach mal die Tür hinten zu Warte ich komm rein Ich habe hier die Schlüssel mit Oh 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 Der Skeff Äh, der Scaff, äh, Sniper. Der Sniper Scaff? Oh, Granate! Nächste Scheibe doch, geht Scaff. Alter, was geht hier ab? Kommt jemand? Gab eine Granate? Ja. Genau. Alter, das ist ein übelst Fehler. Ersten hab ich? Nee. Was? Nee? Ich hatte einen. Alter. Aber ihn hatte ich. Okay, cool. Ah, das waren bestimmt fünf Mann oder so, oder das waren zwei Gruppen, das kann auch sein. Aber ich hatte bestimmt von mir aus gesehen, da wo die Zapf sind. Dann sind auch noch welche durch die Stachel dreht. Ja. Ich hab einen fatalen Hit, das war bei einem Scaff. Mhm. Plus ein, plus vielleicht nochmal vier oder so, ich hab insgesamt 26 Hit-Counts, plus einen fatalen. Warum? Der war nicht verrückt, das? Oder was immer? Das waren auf jeden Fall über 50. Was denn? Den, den ich gekillt hab. Achso. Okay. M9 und fünf. M9. Okay. Das war gut. M9.